Hallo und herzlich willkommen. Wir sind gerade hier einfach willkommen alleine und warten gerade auf Spieler. Da kann man hier schon mal ein bisschen quatschen, leider ohne Chris, der es leider zeitlich nicht mehr einrichten konnte. Aber das ist nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt hier noch was auf und zeigen nur für die Sicherheit und dann wird es so sein, dass wir halt wahrscheinlich morgen dann, so nachmittags, dann aufnehmen werden, viel aufnehmen werden. Was machst du da gerade? Bist du gerade rausgekommen? Ich schreibe mal, dass die reinkommen sollen. Wir wollten gerade so was probieren. Ich wollte in die Mini-SG rein gehen, weil ich nicht weiß, was das so ist. Äh, ja, wo geht das nicht weiter? Ach, Schampon machst du? Also ich glaube entweder mögen die das nicht oder ich nenne es einfach zu wenig online. Oder wollen wir jetzt mal irgendwo anders reingehen? Ja, wenn du willst. Ja, okay. Können wir machen? Hier, Carbon. Mach ich da einfach mal ungeschnitten hier einfach. Oder Funville 1.0. Funville 1.0 würde ich sagen. Geben wir da rein. Hast du schon mal gespielt? Nö. Cool. So. Nein, das ist kein Gazette. Aha, aha. Ne, Gazette kommt das morgen. Nein, weil das aussieht mit der Gazette-Arena. Ja. Oh Gott. Gibt's hier einen Shunton One? Boah, ja, ja. Wer weiß, vielleicht. Oh. Na ja, könnt auch... Ja doch, es gibt einen. Wo? Der geht hier unten los. Ah, da. Ja. Ich hab direkt den ersten Sprung schon verkackt. Also ihr könnt auch in den Kommentar schreiben, ob ihr mal was anderes aussehen. Ja. Survival Games. Oder Sprung. Hab ich geschafft. Ja, halt, Let's Survive ist halt... Ja, Let's Survive ist halt... Ja, Let's Survive ist quasi alles... Ist halt... Wider halt alles halt das, worauf wir gerade Bock haben. Weil vielleicht... Mehr oder weniger, weil es kann auch einfach mal sein, dass das... Jetzt nicht unbedingt... Ja, es muss jetzt nicht unbedingt... Zwangsläufig... Survival Games sein. Es kann auch Ender Games sein. Es kann... Unter anderem auch... Vier Arena. Heiden Sieg sein. Vier Arena, timolianische Spiele und so weiter halt. Alles mögliche, was so... PvP Bereich ist, sozusagen. Also ich hab das Gefühl... Jetzt... Und ich hätte mal ein Thema, über das wir reden könnten. Okay. Was eigentlich fies ist, sagen... Alle, die es noch nicht gehört haben, es gibt ja jetzt sozusagen... Ja, also Minecraft, beziehungsweise Mojang hat ja die... Hat ihre Euler geändert. Also die... Ja, das sind die, sozusagen die ihre... Endnutzer... Lizenzverträge sozusagen, sag ich mal. Und das heißt, dass ab jetzt... Also nicht ab jetzt... Also erst... Also ab dem 1.8. 2014. Das heißt, im Craft und... Ab da dürfen keine... Also dürfen Server nicht mehr... Spenden annehmen, sozusagen. Und dann dafür... Ränge... Verkaufen, sozusagen. Sozusagen sie dürfen... Nicht mehr Ränge auf irgendwelchen Servern damit... Irgendwie... Verkaufen. Und das wird aber... Natürlich für... Zum Beispiel für kleine Server ist das natürlich... Hart. Zum Beispiel die jetzt... Nur für... Zum größten Teil von Spenden leben. Irgendwie. Zum Beispiel auch Crafting Planet gehört jetzt dazu. Hat uns... Also sozusagen steht auf der Website und hat... Und ist auch... Weil sozusagen 100 Slots... Der Server muss ja sozusagen... Genertiert werden. Bezahlt werden. Und wenn der 100 Slots sozusagen hat... Da hab ich einfach mal jetzt geguckt... Für ein Jahr... Das ist nicht wenig Geld. Sagen wir mal jetzt... Zum Beispiel jetzt mal... Bei Nitrado... Hab ich jetzt mal... Jetzt geguckt... Wie viel das wäre... 100 Slots... Für ein Jahr... Und das sind... Glaube ich... Waren... 649 Euro... Und sozusagen... Das von Jahren... Das bezahlst du sozusagen auf einmal... Das bezahlst du ja nicht... So... Übers Jahr hinweg... Sozusagen... Jeden Monat nen Betrag... Nee... Du bezahlst halt... Ein... Betrag... Direkt... Wenn du sozusagen den für ein Jahr... Mietest... Na... Wir haben ja vor... Also wir haben auch vor... Einen Server zu mieten... Wo wir dann... Ja... Der wird dann vier Slots haben... Das ist dann nicht das Problem... Naja... Nur für Chris... Du und ich... Und dann... Fragitieren... Vielleicht mal... So... Zwischendurch mal reinschneiden... Vielleicht... Vielleicht auch Bock haben... In der Folge mit aufzunehmen... Oder sowas... Vielleicht auch Fans... Oder sowas... Naja... Eher nicht... Sonst... Weil dann ist das... Da ist das... Zu sehr Public... Also sozusagen... Fans... Ne... Wir machen natürlich nur White List... Naja... 10 Sekunden... Mal sehen... Ob wir verkacken... Beziehungsweise... Wir zeigen dir sowas... Was egal... Ja... Ich hab' ein gebraten Fisch... Steinswert... Hab' ich auch... Ah'n Apfel... Ich hab' ein guter Quypt... Ich geh' für dir... Ich hab' auch'n Holzwert... Ja... Und alles... Oh... Komm... Komm... Lass'n gleich... Kill... Hier... Handrick... Hier... Für dich... Schwer'n... Ne... Ne... Ich will den... Ich hab' mich... Schwer'n... Ich hab' mich... Schwer'n... Ich hab' mich... Schwer'n... Ne... Schwer'n... Schwer'n... Das eine... Weiß'ch nicht... Ich möchte... Weiß'n... Wo du jetzt jemanden siehst... Ach der da... Ne... 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 Ich will mich nicht killen lassen... Oh mein... Alter... Was hat der für ein Ping? Ja... Es ist mal springig... Es kotzt mich an... Ja... 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 Noops... Auf jeden Fall... Noops... Hm... Du bist so Noob Junge... Neue Aufnahmen oder was? Ne... Das... Soll ich jetzt mal Knallert gewinnen? Zieh'n mal durch einfach mal... Okay... Na die Folge ist so lang... Ich versuch' dir eigentlich... 15 Minuten zu halten... Dann setz' ich ein paar Cuts einfach... Währenddessen so... Zeigst du das Spannendste... Ich will einfach den da oben... Ich will jetzt nicht zu viel Arbeit damit machen... Aber wenn jetzt zum Beispiel... Wenn wir jetzt... Zum Beispiel auch... The Walls... Was wir... Schon aufnehmen wollten... Ja... Ähm... 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 Ja... Wenn doch nicht... Wenn wir uns gesagt haben... Ne... Das... Laden wir's doch nicht hoch... Ja... Aber das... Auf jeden Fall... Da wär's auch so... Dass man dann... Dass ich dort... Die interessantesten und wichtigsten Szenen sozusagen... Herausschneiden würde... Und... Ja... Das Deathmatch... Weil... Das Deathmatch... Ich brauch jetzt nicht ne halbe Stunde lang ne Folge bringen... Was machen wir jetzt mit dem Deathmatch... Also das... Ist schon... In ne Folge Training oder... Na guck mal ich kann mich... Da kommt noch ne Folge... Da kommt noch ne Folge... Ich kann mich jetzt nicht besser equippen... Das ist auch... Das ist ein Eisenhelm in der Hand sehe ich... Ne... Ich hatte... Doch das ist ein Eisenhelm... Wo? In der Hand? Ne das... Das ist das hier... Oh Gott... Ist das eins gegen eins? Äh... Du eiskalter abstauber... Du kleiner Junge hier... Oh Gott... Auf jeden Fall besser gehittet... Aber der Typ macht dich jetzt... Nein... Ich gewinne... Kombo... 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 Alter... Und da sind wir auch wieder zurück... Und... Ja... Das wird... Interessant werden... Werden wir hier noch mal ne ordentliche Runde hinkriegen... Ja oder nein... Irgendwie sind wir heute... Und da sind wir heute auch ganz komisch... Die Maps... Die Maps... Die wir auswählen... Irgendwie mal Pesche... Dauert passiert irgendwas doofes... Ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr auf irgendeine Lava mehr... Weil die einfach nur nerven... Also das war irgendwie heute... Ich lava sehe... Die Maps finde ich eigentlich am geilsten so... Töte ich jemanden... Oder... Lassen wir so jetzt meine Lieblings-Map irgendwie... Weil... Dann nehme ich... Ich nehme die Kiste schon damit... Dann muss ich die links... All... Ferti nice skin... Thanks... Ja... Dankeschön... Okay... Mal sehen wie die Runde jetzt... Hm... Schau klar... Das sind alle gleich abgehauen... Und... Die ganzen Kisten... Das sind voll... Ey die Kisten waren voll... Alle... Alle Kisten waren voll... Ich bin richtig geiler guckt... Das ist super... Ja... Ich geh die direkt... Ganz hinter... Ja... Ja... Die Kisten... Holt er mal schnell... Ich hab... Entschuldigung... Schnell mal ein paar Eisenstiefelchen... Ich hab auch schöne Eisenstiefelchen... Schöne Dinge... Schöne Dinge für dich... In der Kiste... Guck mal hier... Das ist... Das Gold... Das Gold... Gucken was alles drin ist... Extra für dich extra... Siehste... Alles für dich... Das brauch ich eigentlich alles noch... Ich brauch das... Ich beschütze dich... Nimm einfach mal... Das... Nimm einfach mal alles raus... So... Zackidi zacki zacki... Gehen wir hier hoch? Eigentlich hab ich... Jetzt... Ich würde sagen... Erstmal Safety spielen... Ja... Ja... Gehst du willkommen hier hochgehen? Wie ich wohl... Du mal warst... Ne... Ich hab hier oben die Kiste... Hast du... Schuhe? Ja du hast alles... Schuhe... Unter die Hand... War das knapp... Ich muss recken... Ich hab Bogen... Hendrik... Hier... Komm mal hier... Willst du Eisenstiefel haben? Hab... Hab... Ich hab auch Eisenstiefel für dich... Hätte... Ähm... Ich hab hier einen... Regenerationstrank... Ich könnte Eisenstiefel machen Hendrik... Ich hab alle... Dinger... Komm... Kommst du hier hoch? Da Shampooing One... Oh... Siehst du wo ich bin? Okay... Ähm... Was brauchst du? Na Shampooing One ist das nicht... Aber... Oh ne... Oh ne... Das war irgendwie zurückgesetzt worden... Okay... Ähm... Wir sind eigentlich gar nicht schlecht... Wir müssen brauchen... Crafting Bench... Bleib... Ich bin ganz oben da... Kannst du Pfeile runterwerfen... Von deinem Jumping Rand... Ja... Das kämpft deinem angeblichen Jumping Rand... Ja... Also hast du Pfeile... Also hast du Pfeile... Das sind gar nicht mehr so viel... Hey... Trüben ist Philipp 21... irgendwas... So... Wenn du runterkommst... Kannst du Pfeile hast du Pfeile... Ja... Ich hab sieben Pfeile... Ja... Ich hab nicht... Ich hab nicht... Angefittes... Ich überleg gerade... Ob ich... Warte mal... Bremsen... Binnenweben... Den... Sturz ab... Ja... Zeig... Das kriegt mir keinen Fall... Ja... Probier's... Also wenn... Ja... Ich hab nicht... Ich hab noch ein paar Pfeile gefunden... Ja... Ja... Hier unten... Ich hab auch... Komm... Hier... Hendrik... Ach... Hendrik... Der ist einer... Der Philipp der kommt... Ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab auch... Komm zur Leiter... Ich hab... Philipp der ist da... Fred... Fred... Fribe... Komm runter... Komm runter... Fred... Hier... Philipp... Wo bist du? Komm einfach runter... Komm runter... Wo bist du? Fred... Friere, Friere, Philipp. Hier für dich. Hendrik, komm. Du bist hinter ihm. Ich sehe ihn. Ja, aber du kommst da nicht rein. Hendrik, ja, Bogen. Hendrik. Ich gehe zu dir. Ist er in die Ecke? Ich gehe zu dir. Ich komme zu dir. Der kommt, der kommt. Kannst du Pfeile geben, bitte? Einfach Pfeile geben. Jetzt Pfeile geben. Sneaky. Sneaky. Danke. Und mit den Kellen? Weil da vorne ist du frei. Komm. Und jetzt. Eins. Warte. Weck da, weck da. Okay. Ich gehe mal neulich raus. Weck. Fuck, Alter. Das war er. Das war er. Glaube ich. Ich bin sicher, was war. Ich gehe hoch. Ich gehe hoch. Hartes Death. Hartes. 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 Hart. Komm hoch. Komm hoch. Schnell. Da ist ein anderer. Da ist ein anderer. Ich habe, ich habe das ein Visier hier. Ich hole die ganzen Sachen. Der hat die nice Sachen. Ich habe einen Helm. Ich habe einen Helm. Du hast auch einen, okay. Den hole ich mir. Den ja. Ich habe neun Eisen. Ich habe ein Eisen. Der ist über uns. Hier, Hendrik. Kauf den Grinch. Weißt du, wo ist? Das ist nicht, okay. Am Spawn ist einer. Das Spawn, komm. Ich eat nochmal. Hast du drauf zu essen? Da. Nee, habe ich, habe ich, habe ich. Hendrik? Alter, da hat ein Diaschwert der Affe. Hendrik, hau. Alter. Safety, mach safety, mach safety. Mach safety, mach safety. Komm, nimm du. Alles. Ich habe das. Da lieg's noch, da lieg's noch. Ich hab's. Ich werf's draußen. Was hat denn noch? Ich habe einen Bogen. Äpfel für dich. Okay, wir sind gut gekürbt. Hast du sogar noch einen Bogen gekriegt? Ja, habe ich gerade zugeworfen. Hast du ein Feuerwerk? Äh, Feuerzeug. Alter, bin ich dumm. Feuerzeug. Dann alles verbrennt sofort. Da ist ein anderer. Ja, ja, ich hab's gesehen. Wir sind noch zwei, äh, wir und zwei andere. Hast du noch Pfeile? Äh, ich? Hab keine mehr. Oder? Weil, dann könnte ich von Weitem. Dann gebe ich dir jetzt noch meine, Das sind die zwei anderen, wenn die sie attackieren. Hast du echt keine Pfeile? Nee, hab ich nicht. Okay. Aber ist egal, mach du das. Der kommt jetzt von hinten? Ich... 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 Ich sneak mich hier hoch. Ich gehe einfach hoch. Komm. Ach, diesen Team. Diesen Team, Alter. Das gibt's nicht. Nee, sind doch kein Team. Der ist runtergefallen. Den hole ich mir. Hier unten, Hendrik. Der ungeheirr irgendwas. Nee, ich schieße jetzt nicht mehr in den Fallen. Ich hab nur vier. Ich möchte den schon nice gerne holen, Alter. Ich komm auch hinterher. Die sind alle so am Spawn. Wir alle sind am Spawn. Ich glaub, das ist ein Team, die haben sich nicht angegriffen. Die gehen zusammen hoch. Die gehen alle hoch. Hendrik, kommst du in Spawn. Kommst du in Spawn. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Jetzt können wir unten warten. Wir haben Zeit. Da unten, unten jetzt auch. Wo ist denn der Eingang? Ja. Hier unten warten. Sneak hier unten. Du gehst drauf, ich schieße dann. Wenn die runterkommen, dann gibst du... Mach mal Eingang frei, falls wir... Ich mach mal Eingang frei, nicht, dass wir hängenbleiben davon wollen. Guck, ob du kommst. Das ist ein kleines Brötchen. Ist nur einer? Nee, ist nicht zwei. Die sind auch okay. Pass auf, dass du nicht zu offensichtlich durchstößt. Ist doch ein Trick, ich geh mal kurz. Ja, ich geh einfach so weg. Du bist ja da. Hendrik, die haben Pfeile geschossen. Sie kommt, Hendrik, sie kommt. Okay, das ist spannend. Er kommt. Spannend ist, Matt. Was, ne Anspannung hier. Hast du noch zwei Eisen? Nicht hoch, nicht hoch. Hast du noch zwei Eisen? Hast du noch zwei Eisen? Ich hab drei Eisen. Gib zwei bitte. Ich mach Eisenswert, okay? Danke. Sag, wenn kommt. Sag, wenn kommt. All das ist spannend. Die sind eingespült. Alter, ich kann mich hier irgendwie runter von dem Turm auf eine andere Art und reißen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, du hast dich abgeschossen. Ja, das ist Schneebälle. Hä, wo sind die Sticks? Da, ich hab sie ja nicht eingeschossen. Oh, die ganzen Falle sind mein. Ja, komm, trefft mich eh nicht. So, Eisenswert. Äh, Ferdi, ich glaub, der eingespielt ist unten. Irgendwie. Irgendwie? Nee, lass, lass doch bleiben. Der ist dort. Der ist dort. Ferdi, Ferdi, der ist recht. Scheiße. Den einen hab ich, den einen hab ich. Weg, 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 weg. Der ist eingespielt, ist er. Der ist da oben. Oben. Der ist da oben drauf postiert, hat er das, ich glaube. Ich hab ihn, Hendrik. Ein Pfeil reingedrückt. Oh mein Gott, der hat mich aber gut gehitet. GG, okay. Hendrik? Das hat ein lustiges Dashmatch. Ohne Sachen? Nur Bogen, nur Bogen, komm. Oder? Ja, ich weiß nicht, ich hab drei Pfeile jetzt. Also, ähm, ich zieh mich aus. Ja, okay, wollen wir's einfach so machen? Ja, gut, wir können ja fair machen, sozusagen, dass jeder Eisenschwert hat halt und... Wie viele Rüstungspunkte hast du? Ich? Warte, ich zieh das selber an wie du. Da liegt die Eisenhose, die nehm ich mir mal schnell. Okay. Eisenhose, da ist er. Warte, was hast du? Du hast Goldbrust. Helm hast du Kette. Hä, wie viele Diamanten sind das? Das ist nur einer. Und Hose, was hast du, äh, was für Stiefel hast du? Eisen. Dann zieh mal die. Ich hab, ich hab Eis, dann zieh mal die da. Ah, ich hab auch Eisen, ich hab auch Eisen, okay. Fünf Sekunden ist ein Dashmatch. Mit Eisen, also Eisen, bei Eisen gegen Eis, da haben wir die gleichen Rüstungspunkte. Wie viele, wie viele, äh, Dinge hast du? Ich, Pfeile. Ich hab drei. Dann hier. Ein, drei, vier, fünf, sechs. So als sieben, ich hab sechs. Okay, dann. Würde ich sagen, auf drei geht's los, oder? Okay. Auf die Plätze, drei. Los geht's. Okay. Direkt getroffen. Das ist meine geheimen... Alter, wie das ja leckt, bei mir drauf. Boah, Alter, wie du bei mir... Alter, wie hast du bei mir einfach nur leckt, bei... Nein! Wenn du einfach nur das Gras reinschlägt, die ganze Zeit. Das ist so mies. Alter, ich triff mich gar nicht. Oh, oh. Du hast eine andere hier? Hey, das ist ja auch. Oh. Ich seh dich gar nicht. Oh, keine Pfeile mehr. Oh. Ja. Tschi. Ey, 100 Münze, ich rechse von sich, geil. Tschi, okay. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Geiler Abschluss für die Runde für Eis und Kult. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wie lang das ist. Am besten die Folge, die ich gewonnen hab. Und die, ja, wir haben heute so viele verkackt. Ich weiß nicht, warum. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Oder auch gerne ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020